Die ist von Qudo geklaut. Aber es steht eisiglich die Bauteams dran. Ja, herzlichen Glückwunsch. Willkommen zu einer neuen Runde Badwars of. Unserem Lieblingsserver mit dabei ist Cheater. Tim? Guten Morgen. Cheatest du oder eher weniger? Ja, ich bin Tim. By the way, ganz kurz straight away zu Beginn. Tim und ich kommen gerade auf dem Stream. Das heißt, wenn ihr mir noch nicht auf Twitch folgt, twitch.tv slash gamerforlife. Der Stream hat heute echt richtig gebockt. Also an alle, die heute dabei waren. Wir haben jetzt den 23., also bei der Stream am 22. War ein wilder Stream. Danke an alle, die dabei waren. Und wenn ihr noch nicht meinen Twitch aufgecheckt habt, holt das auf jeden Fall nach. Lasst ein Follow da. Aktiviert die Glocke. Natürlich auch auf YouTube. Und ja, ich würde mal sagen, dass ich Deutsch bin. Tim, deine Meinung? Guten Morgen. Ach, was fähre ich gerade so viel Fastbridge? By the way, wie immer ans ICMC-Team. Leute, gebt mal bitte YouTuber. Fände ich ehrenhaft. Danke. Tim, wie geht es dir heute so an diesem wunderschönen Mittwochmorgen? Genau. Da will ich mich sehen, tatsächlich, ja. Übrigens bist du drei Tage im Verzug. Drei Tage im Verzug? Was? Das habe ich gerade gesagt. Mittwochmorgen. Ich sage immer irgendeinen Wochentag, der nicht ist, Tim. Ja, also dann halt doch da lau. Also halt generell einfach mal da lau. Also Leute, wer auch immer sich die Spawn Protection ausgedacht hat, fünf Sekunden Spawn Protection, die man hat, ist schon ein bisschen sehr lange. Ich müsste jetzt eigentlich den Clip aus dem alten Video raussuchen, wo du gesagt hast, dass die Spawn Protection geil ist. Hä, wie hast du den, äh, Erwitz noch bekommen? Naja, wer sagt, dass ich dieses Mal nicht cheater? Oh, let's go. Ich bin mir sicher, das würde nichts daran ändern, dass hier keiner von uns beiden gebannt wird. Außer, dass ich vielleicht schon gebannt bin. Naja, ich meine jetzt auf dem Account, auf den Accounts, auf den wir gerade spielen. Also ich auf Slitted und du auf, äh, Tim Schnitzel. Tim Schnitzel ist auch so ein geiler, äh, genau. Aber Tim, hast du eigentlich eine Vorgeschichte mit dem Server-Team? Nein, ich, äh, verstehe mich vor allem mit dem, äh, Admin super gut und ich finde auch, der ist mega sympathisch. Digga, also ein Invisible Glass Pack, Digga, weh, weh, Tim. Digga, Invisible Glass Pack ist halt absoluter Upfuck auf der Map. An der Stelle, Leute, band mich bitte nicht für meinen Flyhack hier. Okay, da war so scheiße der Witz. Weißt du, was mich mal interessieren würde? Jetzt, jetzt mal for real. Wie stellen sich die Leute, die mich noch nie gesehen haben, und ich meine, die einzigen, die mich, die meine YouTube-Videos vielleicht mehr oder weniger aktiv schauen, oder wahrscheinlich nicht mal aktiv, die mich gesehen haben, Lori, Jan, Du. Ich hab dich gesehen, kann ich mich gar nicht dran erinnern. So klein als immer Hurensohn, Alter. Hä, was machst du hier? Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass du es vergessen hast. Ah. Bei deinem Fliegengedächtnis. War der Spaß vielleicht mal auf der Gamescom unangemeldet? Nö. Ja, also einmal war ich auch angemeldet da. Naja, auf jeden Fall, wenn ihr meinen Gamescom-Blog nicht gesehen habt, oben rechts reinschauen. Nö, nö, ganz kurz, ganz kurz. IceMC-Baut-Team-Just-Poff. Aber du hast einfach C-R-I-E-Y. Siehst du, was ich im Chat geschrieben habe? Ich hätte mir jetzt wirklich vorstellen können, dass es hier... Es ist hier auch ein Team-Chat in der Solo-Runde gibt. Oh, ja, das wäre so... Früher... Nee, aber auf Gomme gab es das ja mal nicht früher. Wirklich, dass du auch in der Solo-Runde ad Arsch schreiben musstest. Ganz am Anfang. Das waren wirklich noch gute Zeiten. Da waren Leute online, die nicht sich ihren verfickten Arsch so abgeschwitzt haben, als wäre es ihr scheiße Leben. Junge, da haben die Leute... Es wird irgendwie ihre Familie umgebracht. Meinst du so? Ja, stell dir das ein. Ich stelle dir heute mal jemanden in der Bedwars-Runde vor, wo der generell irgendwo, der rückwärts Full-Sneak baut. Der wird ausgelacht. Ja, Bro, ich möchte mal ganz kurz anmerken. Ich habe ein Video, wo ich einen, der rückwärts Full-Sneak baut, auslache. Ja, ist ja auch berechtigt. Ich finde es echt scheiße, dass es hier nur einen Gold-Spawner gibt. Ich wollte eigentlich Nick wegspammen. Aber dann halt nicht. Nick. Ich dachte schon, die Runde ist nicht zu Ende. Schade. Eats, Bro. Eats mit großem Ehe, Digga. Bist du kein Mensch, oder was? Doch, bin ich. Nein, bist du nicht. Das heißt, I'm so sad. Oh mein Gott, das ist cool. Ja, what the fuck. Dachtest du wirklich, SQD heißt I'm so squat? SQD gefällt mir als erstes Skur-Zahlen. Das stimmt, aber I'm so squat macht keinen Sinn. Macht halt mehr Sinn. Ja, nee, wir merken halt das Sachsen und überlegen. Das ist halt nicht so anscheinend. Halt dein Maul. Nee, ich bin ja gebildet. Ich darf das. Lugini. Lugini? Lugini. Kein Zeichen für Halt dein Maul. Du schreibst zu schnell. Das ist Genie. Ja, definitiv. Ähm. Ich find's gut, wie die Pfeile fliegen. Hä? Ja, hä? Hä? Ja, da haben sie recht. Also ganz ehrlich, ich... Erst mal ganz kurz, ganz kurz, Tim. Ich glaube, so könnte man bestimmt irgendwie fünf Klettern erektierte Dysfunktionen erklären. Das, liebe Fische, war es an der Stelle komplett. Was für dich ist das? Also, Leute, was habt ihr gemacht? Aber ich treff dich trotzdem. Ah, fuck, bro. Fuck, fuck. Okay, worauf soll ich warten? Ich hab back, ich hab back, ich hab back. Ich bin irgendwie so... Keine Ahnung. Ich hab mich verklickt. Nein, nein, ich treffe. Lauf jetzt zu mir durch. Oh mein Gott. Also, den ersten hab ich schon mal. Ich bin nur noch sieben. Ja, bau bitte das Bett ganz frei, ne? Ja, bin ich dabei. Ja, erstmal ganz kurze Interessenfrage. Ah, wie heißt es jetzt? Ich bin lost. Hi, danke. Hi, ich bin Nick. Mach das einen YouTube-Kanal manchmal. Ich wollte dein Bett abbauen. Du baust mein Bett ab und dann läufst du wieder zurück und tötest mich, bevor ich dein Bett hab. Dann hätte ich ja gar keinen Spawn-Trap machen müssen, da wo ich glaube, dass du vielleicht spawnen könntest. Ich wollte anmerken, dass Diana mir eigentlich am 10. Januar schreiben wollte. Es ist inzwischen der 23. Januar und sie hat mir aber noch nicht geschrieben. Ja, Tim. Falsche Richtung, andere Richtung, andere Richtung. Ja, weiter, 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 weiter. Arzt. Ja, das Haus neben den Waschbären. Welche Waschbären? Was soll das denn sein? Ist es ein Waschbär oder ein Koala? Oder ein tollwütiges Stück Scheiße? Oder eine Rat... Ne, das ist, glaube ich, ein Koala. Ja, das ist wahrscheinlich ein Koala. Hier, Tim, Tim, dreh dich mal zu mir um. Ja, ich weiß nicht, wo du bist. Was soll das sein? Ist es ein Waschbär oder ein Koala oder eine Ratte? Oder ein tollwütiger Hund? Dann könnte auch eine Ratte sein. Oder eine tollwütige Katze? So, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir doch sehr gerne mit einem Like in den Kommentaren. Abonniert mich natürlich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Macht die Glocke an, um kein Stuff zu verpassen. Folgt mir unbedingt auf Twitch, auf Twitter und auf Instagram. Das ist allesamt unter dem Video in der Beschreibung verlinkt. Es würde mich sehr freuen. Tim hat sich irgendwie verpisst. Tim, wo bist denn du jetzt? Ja, ich habe außerdem zwei mehr Leertaste gedrückt. Ich habe vergessen, dass ich Double Jump habe. Dann würde ich einfach mal... Dann würde ich einfach sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr, wie gesagt, schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Es würde mich sehr freuen. Ja, wie gesagt, teilt den Stuff, um mich zu supporten. Es würde mich sehr freuen. Tim, deine Meinung? Genau. Dann würde ich mal sagen, bis dahin, ciao. Tim, willst du noch sagen? Gute Nacht, guten Morgen, guten Mittag oder auch... Nein. Tim, willst du noch sagen? Auf jeden Fall. Deine Meinung zu Trending in Germany, Hashtag Impeach Biden Now? Eher nicht so. Schreibt mal, ganz kurz, schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr eher Hashtag Biden oder Hashtag Trump Supporter seid. Weil einen von beiden muss ich dann halt leider wegbannen. Dann, Tim, willst du noch was sagen? Hi. Ich bin stuck. Step around, stuck.